Hallo und guten Morgen. Heute ist Montag, der 23. März. Wir, unser Kita-Team, grüßen ganz herzlich alle Kinder der Sonnengruppe, der Mondgruppe, der Sternengruppe und aus dem Hort. Und natürlich alle Eltern, Großeltern und Geschwisterkinder. Wir hoffen, es geht euch soweit ganz gut und ihr kommt irgendwie zurecht mit dieser eigentlich unfassbaren Situation. Tja Kinder, ihr habt ja bereits einmal Post aus unserer Kita bekommen. Das war bestimmt spannend und hoffentlich interessant für euch. Wann bekommt man als Kita-Kind überhaupt schon mal Post? Ich, Irene, habe mir für heute gedacht, wenn wir uns schon so lange nicht sehen können, können wir trotzdem zusammen singen. Ich habe meine Gitarre mitgebracht und habe einige Lieder ausgesucht, die viele von euch kennen und mögen. Ich singe sie jetzt für euch und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören, Mitsingen und Mitspielen zu Hause. Passt gut auf euch auf und wir auch auf uns. Auf bald. Tschüss.